Ein herzliches Hallo, hier ist wieder Kathi vom Felsengrund Verlag und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum siebten Kapitel inzwischen von der Fall von Rabenmeig. Super, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt die anderen Kapitel vorher gehört. Ansonsten findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link zum ersten Kapitel auf jeden Fall. Und ja, also es ist ja ein Roman, die Kapitel bauen aufeinander auf. Deswegen ist es gut, wenn ihr euch die einfach vorher anhört. Aber auch an alle, die jetzt einfach mal reinhören wollen. Dieses Kapitel ist besonders lang. Deswegen teilen wir das auch auf zwei Videos auf. Und ja, zum ersten Teil von Kapitel 7 Viel Wirbel um Anna. Viel Spaß beim Zuhören. Lukas, auf ein Wort, rief der Landgraf seinen Ritter, als dieser die Halle betrat und bedeutete ihm mit einem Nicken, ihm in einer der Fensternischen zu folgen. Der junge Ritter kam sofort, denn irgendetwas in der Stimme seines Freundes mahnte ihn zur Vorsicht. Vor seinem Herrn blieb er stehen, deutete eine Verbeugung an und sah Richard fragend in die dunklen Augen. Dieser kam sofort zur Sache. Georg widersetzte sich meinem Befehl. Ich hatte ihm verboten, sich weiterhin nach Einbruch der Dunkelheit mit der Magd meiner Schwester im Stall zu treffen, sagte der Landgraf grimmig. Das hattest du ihm ausgerichtet, oder? fragte er und blickte Lukas ärgerlich an. Dieser nickte nachdrücklich und versicherte, dem Befehl folge geleistet und seitdem nichts mehr bemerkt zu haben. Ich werde ihn mir aber gleich noch mal vorknapfen, setzte er entschlossen hinzu. Doch Richard machte eine wegwerfende Handbewegung und grollte, Nein, das mache ich diesmal selbst. Hol ihn und schick ihn in mein Gemach. Anschließend geh und hol das Mädchen. Gib mir aber etwas Zeit allein mit dem Jungen, bevor du auch sie zu mir bringst. Der Ritter verbeugte sich knapp, ohne etwas zu erwidern, machte sich aber umgehend auf den Weg, den Jungen zu suchen. So eng ihre Freundschaft auch sein mochte, Richard machte gerade nicht den Eindruck, als sollte man ihn lange warten lassen. Der Burgherr ging indessen in seine Gemächer zurück und trat ans Fenster. Von dort aus hatte er einen guten Blick in den oberen Burghof und sah eben Lukas mit Georg aus dem Stall treten. Der Junge stand mit gesenktem Kopf vor seinem Herrn und dieser beförderte ihn mit einem unsanften Stoß unter den finsteren Blicken in Richtung des Saalbaus. Dann sah er auf zu Richards Fenster. Er blickte seinen Dienstherrn und machte eine ergebene Geste, die Richard mit einem bedächtigen Nicken quittierte. Kurze Zeit später hörte er das erwartete Klopfen an seiner Tür. Das Wohngemach war durchaus behaglich, aber doch nicht klein. Deshalb riecht Richard streng und so laut, dass er sich sicher sein konnte, dass man auf der anderen Seite der Tür sowohl die Worte als auch den Tonfall hören musste. Ja, komm herein. Georg öffnete die Tür und sein junges Herz klopfte so wild in seiner Brust, dass er fürchten musste, der Landgraf könne es hören. Dieser stand mit dem Rücken zu ihm am Fenster und sah ihn den Hof hinunter. Schließ die Tür, hörte der Junge ihn mit einer Stimme sagen, die ihn zusammenfahren ließ. Er wusste, weshalb er hier war, denn er hatte mit seinem Ungluchersam wissentlich den Zorn des Burgherrn auf sich gezogen und Georg wäre am liebsten im Boden versunken. Am wenigsten von allen Dingen auf der Welt wollte er diesen Mann enttäuschen. Und doch hatte er es getan, nur um Alea noch mitzuteilen, dass er das Versteckspiel aufgeben und ehrlich zu seinem neuen Herrn sein wollte. Er hatte Richard von Schwarzenbach und Ritter Lukas so viel zu verdanken und wollte seinen Dienst für sie nicht auf Lügen aufbauen. Georg schloss die Tür. Als er sich wieder umdrehte, hatte sich auch der Landgraf ihm zugewandt und lehnte nun abwartend am Fenster sims. Mit seinen grauen Augen sah er den Jungen durchdringend an, sodass dieser sofort den Blick senkte und artig einen tiefen Diener machte. Richard wusste im Grunde, dass dieser Junge nicht nur Lukas, sondern auch ihm seit dem Tag seiner Ankunft auf der Burg absolut ergeben war. Sein Vergehen musste einen für ihn wichtigen Grund gehabt haben. Da musste etwas sein, das er bisher übersehen hatte. Irgendein Geheimnis, das die beiden jungen Leute, die er in seine Obfut genommen hatte, verbannt. Der Landgraf sah den Jungen tief Luft holen, schlucken und hörte ihn schließlich mit eingezogenem Kopf wispern, »Ihr habt mich rufen lassen, mein Fürst?« Georg wagte noch immer nicht, ihn anzusehen, stellte Richard beinahe amüsiert fest, bemühte sich aber, dem Jungen gegenüber hart zu bleiben. »Du weißt, dass Gehorsam zuerst gegen Gott und dann gegen deinen irdischen Herren deine höchste Pflicht ist, auch wenn du kein richtiger Knappe bist, nicht wahr?« fragte der junge Burgherr mit ernster Stimme. »Ja, Herr«, erwiderte Georg zerknirscht, »und du weißt, dass ungehorsam hart bestraft wird?« »Ja, Herr«, hörte Richard den Jungen nun mit tonloser Stimme sagen, »dennoch hast du dir erlaubt, dich über meinen ausdrücklichen Befehl hinwegzusetzen und dein Mädchen wiederum nach Einbruch der Dunkelheit im Stahl zu treffen, obwohl du wusstest, dass ich heimliche Liebschaften unter meinem Dach nicht dulde?« »Ja und »Nein, Herr«, war diesmal die Antwort. »Willst du etwa leugnen, dass du Anna getroffen hast?« fragte der Burgherrscher. Georg zuckte leicht zusammen. »Nein, Herr«, Richard betrachtete seinen Schürzling mit gewunzelter Stirn. Er sah ihm an, dass da keine Rebellion, keinerlei Aufbegehren war, sondern nur duldsame Ergebenheit und leise Verzweiflung. Es arbeitete in ihm und scheinbar wartete er auf irgendetwas, vielleicht auf die Aufforderung, sich zu erklären. Als der Burgherr nicht weitersprach und Georg nur dessen Blick wie ein Bleigewicht auf sich spürte, schaffte sich der Junge und sah den Mann in die Augen, der kaum zehn Jahre älter war als er selbst und doch sein Schicksal in seinen mächtigen Händen hielt. »Bitte, Herr, darf ich sprechen?« fragte er mit fester Stimme und einem Funken Hoffnung in seinen blauen Augen. »Nun«, der Landgraf machte eine auffordernde Handbewegung und zog erwartungsvoll die Brauen in die Höhe. »Äh, äh, äh,« Georg stockte und träusperte sich. »Anna ist gewiss nicht mein Mädchen und sie kam auch nicht meinetwegen in den Stall. Es war wegen Damaris. Sicher habt ihr sie gesehen, diese braune, herrliche Stute. Sie hat der Tochter des schwarzen Grafen gehört und sie ist trächtig. Das Mädchen kam, um sich um die Stute zu kümmern und ich hatte ihr dabei nur ein bisschen geholfen. Bitte glaubt mir, wir sind bestimmt kein Liebespaar, Herr.« »Machte der Landgraf nachdenklich.« »Herr, beider Sorge um mein Pferd spricht nicht für eine Liebschaft, aber auch genauso wenig dagegen.« »Willst du mir vielleicht noch etwas sagen?« Der Burker sah den Jungen eindringlich an und war sicher, dass er kurz davor stand, das Geheimnis der beiden zu lüften. Er spürte, dass der Junge es ihm sagen wollte, aber noch zögerte er. Dann öffnete sich leise die Tür und jemand trat ein. Richard von Schwarzenbach sah auf und gab den Eintretenden ein Zeichen, an der Tür zu warten. Georg wagte nicht aufzusehen, aber er nahm an, dass sein Herr Ritter Lukas gekommen war. Der Landgraf sah ihn wieder erwartungsvoll an und befahl allmählich ungeduldig, »Also, heraus mit der Sprache!« Der Junge schluckte wieder und brachte leise und ohne den Landgrafen anzusehen hervor, »Wir dürfen uns nicht lieben. Das wäre eine große Sünde.« Hinter seinem Rücken hörte er Lea erschrocken Luft holen. »Georg, nicht!« Es war nicht mehr als ein Flüstern, aber auch der Burgherr hatte es gehört und sah das Mädchen finster an. Mit verschränkten Armen gingen nachdenklich mehrere Schritte auf und ab. »Dass es eine große Sünde wäre, kann in eurem Fall eigentlich nur eines bedeuten,« folgerte er, warf seinem Ritter einen vielsagenden Blick zu und schaute dann wieder zu dem Jungen. Er ließ ein paar Augenblicke verstreichen, er fragte, »Sie ist deine Schwester, nicht wahr?« Georg nickte und schien dabei fast ein wenig erleichtert, bis der Landgraf versonnen fortfuhr, »Sohant Burkhard von Rabeneck, also einen unehelichen Sohn.« Den Namen des schwarzen Grafen hatte Richard besonders betont und damit nun auch sein Wissen über die wahre Herkunft des Mädchens preisgegeben. Alle Anwesenden fuhren erschrocken zusammen und in den Augen seines Freundes sah der junge Burkhard plötzlich einen gekränkten Ausdruck. Richard hatte weder ihn noch sonst jemanden in sein Geheimnis eingeweiht und das schien der Ritter ihm nun übel zu nehmen. Er warf seinem Freund einen Blick zu, der Richard zu verstehen gab, dass er beleidigt war und sich jetzt nicht dazu äußern wollte. Der Blick aus den verengten dunklen Augen des Burkhard antwortete ihm stumm, »Wie du willst, wir reden später darüber.« Indessen fasste sich die Grafentochter und trat vor, bis sie neben Georg stand. Sie nahm seine Hand und warf ihm einen aufmunternden Blick zu. Zum Landgrafengewand knickste sie und fragte Scheu, »Was habt ihr jetzt mit uns vor, Hochriedlerfürst? Werdet ihr uns dem König ausliefern?« Richard sah wieder aus dem Fenster. Drei der Burschen gingen gemächlich vom Rittersaal zum Stall hinüber und eine Magd schleppte einen schweren Topf zur Burkhüche. »Sie hatten das Abendessen verpasst,« stellte er missmutig fest. »Nein.« Der König hat kein Interesse an der Familie zur Rabeneck. Sofern deren Mitglieder ihm die Treue halten. Den letzten Worten gab der Burkhä besonderes Gewicht und warf den jungen Leuten dabei einen kritischen Blick zu. »Er will nur den schwarzen Grafen und seine Männer und zu dessen Ergreifung wirst du mir hier mehr vernutzen sein, denn auch dein Vater wird wissen, wo du bist,« fuhr Richard an Alea gewandt fort. »Und früher oder später wird ihn das zu euch führen,« führte das Mädchen in den Satz des Landgrafen beklommen, murmelnd zu Ende. Sie verstand und schaute betrübt rein. »Kluges Kind«, stellte Richard fest und wandte sich dann an Georg. »Nun zu dir, Junge,« sagte er ernst und ein leichtes Don schwang in seinen Worten als er fortfuhr. »Wie stehst du zu deinem Vater?« Erschrocken sah Georg auf und beeilte sich zu versichern. »Ich bin als Sohn des Stallmeisters aufgewachsen, Herr. Mit dem Grafen habe ich kaum zu tun. Er weiß es gar nicht.« »Dennoch hat er dich ausbilden lassen,« hakte Richard nach und nun ergriff auch Lukas, der seit Betreten des Gemachs geschwiegen hatte das Wort und sprach für seinen Diener. Er mochte diesen Jungen und wollte auf jeden Fall verhindern, dass Richard ihn für einen Verräter hielt. Deshalb entgegnete er auf den Einwurf des Burgherrn. »Das hilft für alle Jungen von Rabenbeck zu. Sie verstehen sich auf das Reiten und den Umgang mit verschiedenen Waffen, außer mit dem Schwert natürlich. Scheinbar wollte auch der schwarze Graf mit Kriegsknechten seine Truppe stärken.« Richard sah nachdenklich von seinem Ritter zu dem Jungen. Im Grunde war er sich schon vor Beginn dieser Befragung dessen Ergebenheit sicher, aber er fragte dennoch. »Und für wen wirst du nun kämpfen, wenn es nötig wird?« Georg zögerte nicht, nahm all seinen Mut zusammen und blickte dem Landgrafen fest in die Augen und antwortete rasch, »Für euch und damit für den König, mein Fürst.« Danach schlug er die Augen wieder nieder und betete stumm, der Herr von Schwarzenbach möge ihm glauben. Dieser sah noch einmal kurz zu Lukas und dann wieder zu dem Jungen. »Gut, dann wäre das geklärt. Die Bestrafung deines Ungehorsams überlasse ich deinem Herrn«, sagte Richard und schloss dann mit wenigen letzten Anweisungen. »Alea soll bis auf Weiteres die Magdanna bleiben. Es wird für alle das Beste sein, wenn nur ein kleiner, verschwiegener Kreis die Wahrheit kennt. Dass ihr hingegen Geschwister seid, solltet ihr allen kundtun, damit es kein Gerede mehr über euch gibt. Und wenn du, damit wandte er sich an das Mädchen, dich in Zukunft um dein Pferd kümmern willst, dann sprich mit deiner Herrin und dem Stahlmeister und unterlass die nächtlichen Ausflüge. In der Dunkelheit hast du dich in den Gemächern der Gräfin aufzuhalten. »Wie er befehlt, hoch edler Fürst«, antwortete Alea ergeben und sank in einen formvollendeten Knicks. Richard nickte und entließ Alea und Georg mit einer aufwandernden Handbewegung. Daraufhin nahm die Grafentochter die Hand ihres Halbbruders und zog ihn mit sich zur Tür. Lukas hielt den Jungen noch kurz zurück und befahl ihm, das Mädchen in die Gemächern der Gräfin zu begleiten und anschließend vor dem Bergfried auf ihn zu warten. Georg schluchte und verbeugte sich vor seinem Herrn und dem Landgrafen, dann schloss Lukas die Tür hinter den beiden. Allein mit Richard, seinem Freund aus gemeinsamen Kindertagen, brach sich der ganze Ärger des jungen Mannes Bahn. »Wieso hast du mir das nicht früher gesagt?« »Wie lange weißt du denn schon, dass sie seine Tochter ist?« brachte er auf. Der junge Landgraf, der sich keiner Schuld bewusst war, erwiderte leicht hin, »Ach Lukas, was regst du dich auf? Lass es einfach gut sein und sei versichert, ich hatte meine Gründe.« »Oh, der Herr Landgraf hatte seine Gründe,« erregte sich der junge Ritter mit spöttischem Ton, ohne den Versuch seines Freundes zum Einlenken zu beachten. So übersah er auch das zornige Flackern in den verengten Augen seines Herrn, als er diesen noch fragte, »Weiß es wenigstens die Rese?« »Nein,« erwiderte die Landgraf nun frostig, »aber geh nur hin und sag es ihr, dann wirst du meine Gründe vielleicht verstehen.« Lukas ließ sich nicht lange bitten und verließ unter vernehmlichem Zuschlagen der soliden Eichentür großlos die Gemächer seines Dienstherrn. Dieser ließ sich grimmig in einem der Polstersessel vor dem Kamin fallen, streckte die müden Glieder und grölte seinem Ritter nach, »Lass nur die Wildkatze auf mich los. Ich werde hier auf euch warten.« Lukas staffte wütend hinaus. Bevor er hinüber zu den Gemächern seiner Liebsten ging, musste er sich noch den Jungen vornehmen. Georg lief nervös vor dem Bergfried auf und ab. Irgendwie schwarnte ihm Böses. Ritter Lukas hatte ihn gewarnt und der Landgraf hatte auch ausdrücklich auf eine ausstehende Bestrafung hingewiesen. Als er nun seinen Herrn auf sich zukommen sah, wusste er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Dieser war außer sich. »Schläge oder Verlies, du darfst wählen,« hörste der Ritter ihn an und der Junge zog erschrocken die Luft ein. »Was hast du gedacht? Niemand widersetzt sich ungestraft deinem Befehl.« Georg ließ den Kopf hängen. »Ja, Herr, ich weiß und es tut mir leid, dass ich euch in Verlegenheit gebracht habe und dass ich nicht ehrlich zu euch war. »Ja, mir auch,« gab der Ritter unversehenssinn zurück. »Also, wähle.« »Wie lange?« fragte Georg. »Heute Nacht,« gab sein Herr knapp zur Antwort. »Wie viele Schläge?« »Zwanzig.« »Dann wähle ich das Verlies.« Georgs Stimme klang fest, denn dies schien ihm das kleinere Übel zu sein, wenn er sich den Gemütszustand seines Herrn ansah. Er kannte das noch gut aus seiner Zeit auf Rabeneck. Sein Ziehvater hatte ihn stets büßen lassen, wenn ihm irgendetwas nicht passte. Georg konnte sich oft eine Woche danach noch nicht wieder richtig bewegen. Da schlief er doch lieber eine Nachbar den Ratten im Burg verließ. Wie du willst. Ritter Lukas wandte sich an die Wache vor dem trutzigen alten Turm, der ganz aus Stein gemauert die übrigen Gebäude der Burg weit überragte und dem gesamten Komplex damit etwas Erhabenes verlieh. Gib ihm etwas Wasser und Brot und eine Decke, dann sperr ihn bis zum Frühstück ein. Jawohl, Hauptmann. Der Wachsoldat sah den Jungen mitleidig an, tat aber genau wie ihm geheißen. So saß Georg schließlich auf einer muffigen alten Strohschicht in nahezu vollkommener Dunkelheit. Das altbackene Brot und der Becher Wasser, den er bekommen hatte, waren längst aufgezehrt und er hatte sich in die alte Pferdedecke gehüllt. Er war dankbar, dass er sie hatte, denn es war feucht und kalt hier unten. Die Mauer, an die er sich gelehnt hatte, war gerundet, denn es war die dicke Außenmauer des Bergfrieds. In der ihm gegenüberliegenden Wand konnte er schwach die Tür erkennen, denn die Wache hatte das kleine Fensterchen in der Tür offen gelassen, so dass er den Schein einer Fackel auf dem Gang draußen erahnen konnte. Das gereichte ihm aber nicht, um sich weiter in seinem Nachtquartier umzusehen. Nur beim Eintreten hatte er den Raum kurz in Augenschein nehmen können und dabei auch den abgedeckten Eimer hinter der Tür entdeckt, in dem er seine Notdurfe verrichten konnte. Das Verlies war klein, das wusste Georg, kaum Platz genug, fünf Schritte auf und ab zu gehen. Er hatte gezählt, aber jetzt war er müde. Trotz der unbequemen Stellung fielen ihm allmählich die Augen zu. Lukas war, nachdem er Georg dem Wachmann überlassen hatte, zu den Gemächern der Gräfin geeilt. Er musste es ihr sagen. Ungeduldig hämmerte er an die Tür zu ihrem Wohngemach. Ausgerechnet Alea öffnete ihm, machte höflich seinen kleinen Knicks und sagte freundlich lächelnd, Oh, Ritter Lukas, die Herrin ist auf der Galerie, sie wollte noch etwas frische Luft schnappen, bevor sie zu Bett geht. Wollt ihr zu ihr gehen oder soll ich ihr etwas ausrichten? Du brauchst dir gewiss nichts ausrichten, antwortete Lukas Barsch und funkelte das Mädchen wütend an. Damit ließ er sie stehen und lief die Treppe zur Galerie hinauf. Alea sah dem Ritter traurig nach und seufzte. Die Enthüllung des Landgrafen über ihre Herkunft musste ihn so aufgebracht haben, sonst war er doch immer gut zu ihr gewesen. Auf ihrer Burg hätte er sich vor ihr verbeugen und höflich sein müssen. Hier jedoch war sie eben nur eine Magd, an der auch er seinen Zorn auslassen konnte. Sie musste an den Wort aus der Heiligen Schrift denken, das ihre alte Amme ihr immer wieder gesagt hatte. Tut alles zur Ehre des Herrn. Die alte Hildrun, die gerade erst im letzten Winter von ihr gegangen war, hatte diese Weisheit schon von ihrer Großmutter, die sie wiederum von ihrer Herrin gesagt bekommen hatte. Als Frau untersteht man immer jemandem, soll diese stets gesagt haben. Aber es tut gut zu wissen, dass wir und auch unsere irdischen Herren dem einen himmlischen unterstehen. Wenn wir alles zu dessen Ehre tun, werden wir von ihm die Kraft empfangen, so manches irdische Leid zu erdulden. In diesem Moment wünschte Alea von ganzem Herzen, dass ihre Arme noch bei ihr wäre. Denn sie fühlte sich plötzlich sehr einsam. Stumm betete sie, der Herr Jesus möge ihr Kraft und Weisheit schenken für ihre weitere Zeit auf Burg Schwarzenbach. Tja, und was der Lukas jetzt mit der Therese bespricht und wie es weitergeht und was sie dann dem Richard sagen und wie das Ganze jetzt hier wie die Nacht ihren Lauf nimmt, das gibt es im nächsten Video. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt, hoffe, ihr seid gespannt auf das nächste Mal und freue mich wie üblich über euren Like und euren Kommentar oder eure Fragen, die beantworte ich natürlich auch gern, wenn genug zusammenkommen, kann ich auch gerne mal so eine Fragerunde hier in so einem Video machen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Kathi vom Felsengrundverlag. Tschüss! Tschüss!